hallo und herzlich willkommen aus die sagt und wir öffnen heute das türchen nummer 17 wir machen wir fangen an oh wunder es ist ein kreuzworträtsel also wir legen los artisten das mag ich nicht das mag ich nicht wenn das erste links oben senkrecht so lang ist und ihres dann weiß artisten verehrung südamerikanische slama also leibes mitte leibes mitte im hüfte falsch leibes mitte abgefäß urne englisch schlaf lieb probieren muss raud hier esel urort in belgien spa kleine menge krise rause limo elend not mineral laudern kürz sattelit satt ostgut paket mineral kürz in dem im atomreaktor ist ein mailer kürz in dem im im atomreaktor ist ein mailer guckt ja nur wie man das schreibt mit ei hochgebirg heilschrift gesicht und aspekte paul glückspflanze englisch sitz miet Urge-Kieh. Ja. Fällt mir nicht ein. Erzählend. Kerzenmaterial. Steh alleine, oder wie ist das Zeug? Ersatzwachs da, wo rückstandslos wegbrennt. Wie heisst denn das? Wie was man stehe? Hm. Initialen Gabaliers. Scheiße, das weiß ich nicht, wie der heißt. Höchste Wesen. Götter. Kleiner Raum an Bord. Hm. Ereignis. Nordische Gottheit. Westafrikanischer Staat. Senegal. Nordische Gottheit sind ein Aase. Kleiner Raum. Gott. Gesichtsteil Nase. Ereignis Event. Erzählend. Erzählend. Ah. Paul. Sieg. Deutsch. Erzählend. 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 Ja, das weiss ich halt nicht. Bedeutungslos. Erehrung. Leibesmitte. Räuche. Mir ist es ganz. Hörer. Und das weiss ich nicht. Tja. Räuche. Bedeutungslos Stadt am Kocher Da Erzählend Spektiv Was Keine Ahnung Schwierig Absolut Das könnte Schwierig Deutsche Wortendung Ja Ist Der Gaber Der Kocher Aachen Was Das passt ja gar nicht hin Schreibt man gar nicht mit Doppel A Alter Was schreib ich denn da Aachen Was Die Aalen Aalen Alter Spanisch du Wie Heisst denn das Mittelzüchs Ste Ja Ja Rhin Erzählend Wie ist denn die Änderung von der Türkei Wie Ja Ja Wie merkt sie denn nämlich Erzählend Alter Kommt doch nicht drauf Das ist faul Das Das Ist Mehr Rätsel Was ist denn faul Was könnte da sein Wie Ist nicht Alter Jetzt war ich dann bald alles durch Asik Paul Asik Was kommt denn das her Boah das hilft mir doch auch nicht wieder erzählend Narrativ Doppel Da schreibt man nicht mit Doppel A Alter Narrativ Doppel Doppel R 7 ist ein L äh R Maulkorb 8 ist ein B 2 ist ein A Und 3 ist ein U Verehrung Südamerikanische Lama ist ein Alpaka Laudern Palieren 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 Leib Leib Es mitte Verehrung Kultus Hüfte Sondern Peile Französische Ländereien Artisten Aqui Akrobaten 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 Bedeutungslos Banal ja jetzt hat man halt französisch können französisch ländereien das ist nicht das ist ja nicht ja das wird schwierig das weiß ich nicht französisch länderein ich kacke französisch französisch dass ich gerade über kreuzwort rätsel entstande französisch ländereien aber jetzt ich fang das an angreiche das kann ja mit allen mögen anfangen also ich weiß das nicht oh er muss jetzt grün macht zwei die geister an die kann ich aufpasst ja das haben wir grün gemacht aber da fehlt noch eins mineral m art m art rote so hat mir gar nicht ja da muss ich überhaupt ja was könnte es sein jetzt haben wir dann alles durch ok wir haben wir schon gehabt ok das war grün zweimal müssen hart rote macht mich nicht so zufrieden was denkt ihr? schreibt es in die Kommentare eigentlich läuft es gut bis auf das französisch Ländereien gut ich glaube das merke ich mir das Domain wie immer man das so ausspricht das Mineral oh Gott und so ich lebe es ja naja zufrieden bin ich nicht gerade aber gelöst haben wir also also wieder mal gelöst ist gelöst sage ich immer Leute bleibt wie ihr seid genießt euer Leben das ist wirklich wichtig seid ihr irgendwann unzufrieden bleibt ihr seid habt spaß da hat sie sagt leicht angekratzt tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal